Guten Morgen, Freunde. Es ist eine große Ehre und Privileg, dass ich hier sein darf mit euch. Mit großer Ehrfurcht gehe ich immer auf diese Kanzlerin hoch. Für mich ist es sehr trepidig, zu sehen viele Freunde aus der Ukraine. Und wenn ihr zu mir kommt, wir sprechen, das ist einfach, ich weiß nicht, wie zu sagen. Es ist für mich, viele Freunde auch aus der Ukraine zu sehen, wenn ihr dann auf mich zukommt und wir uns einfach sehen und begegnen und austauschen. Für mich ist es wie das Reich Gottes. Wenn wir aus verschiedenen Ländern und die Welt, sie bricht auseinander, bleiben wir Brüder und Schwestern, vereint durch die Liebe Christi. Und das geht nur in der Gemeinde. Das ist das, was die Gemeinde tun kann. Das können Politiker nicht tun. Das können Psychologen nicht tun. Das können Präsidenten nicht tun. Das kann der Heilige Geist nicht tun. Deshalb danke für euch, danke für eure Herzen. Danke für eure Liebe und danke, dass ihr offen seid für Gott. Als ich gebetet habe, worüber ich heute predigen soll, nannte ich meine Predigt folgendermaßen. Der Heilige Geist, der Tröster. Als die Ereignisse, ja, fühlt sich schon wie eine Ewigkeit an, losgegangen sind. Du kannst nicht mehr so predigen, wie du früher gepredigt hast. Man möchte nicht mehr einfach nur einen starken Gottesdienst haben. Man möchte, dass Gott irgendetwas an unseren Herzen tut. Man möchte, dass Gott irgendwelche Dinge öffnet auf dem Bad und dass wir verändert, hier rausgehen. Und ich leze eine Bibelstelle. Das ist Johannes Evangelium, Kapitel 5. 16. Kapitel 5. Wir подслuchиваем разговор внутреннего Krupa Jesus und seine Kommandolider. Und wir hören jetzt ein Gespräch an zwischen Jesus und seinem Leiter-Team, sozusagen. Das ist jetzt nicht die Bergpredigt, wo Jesus zu Tausenden spricht. Die имеющие уши слышit, das слышit. Wer Ohren hat, der hört. Nein, das ist einfach nur ein kleiner Haufen von Menschen, mit denen Jesus sein Herz teilt. Es ist nicht für alle, es ist für sie. Aber durch den Heiligen Geist wird dieser Dialog auch zu unserem Dialog. Jesus sagt ihnen, Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Sie haben einen privaten Dialog. Jesus sagt ihnen, Und Jesus sagt, Freunde, ich werde eure Erwartungen nicht alle erfüllen. Es tut mir leid. Ich werde es nicht so tun, wie ihr es erwartet. Ist euch schon mal aufgefallen, die Leute folgen dir so lange nach, bis so lange du ihre Erwartungen erfüllst? Manchmal freuen wir uns, wie viele Follower wir auf Instagram haben. Wie viele Menschen dir nachfolgen. Und sie folgen dir so lange nach, solange du das tust, was sie von dir erwarten. Und du sagst, aber Freunde, ich mache das nicht mehr. Und du siehst, wie vieles zusammenbricht. Einer hat mal gesagt, es ist sehr gefährlich, in der Mitte der Straße zu laufen, weil die einen sind wütend auf dich, genauso wie die anderen. Und man muss eine gewisse Portion Mut haben, um Menschen zu enttäuschen. Um zu sagen, es tut mir leid, ich werde nicht das tun, was ihr von mir erwartet. Ich hatte auch in meinem Leben gemerkt, wie dieses Joch an Erwartungen auch auf mich gelegt wurde. Wie oft bin ich in eine Gemeinde gekommen? Und sie sagen, Pastor, wir warten. Wir haben große Erwartungen. Wir warten heute. Es wird ein großer Gottesdienst. Ich sage einfach, du möchtest einfach nur ein normaler Gottesdienst sein. Man muss nichts von mir erwarten. Man muss nichts von mir erwarten. Man muss nichts von mir erwarten. Weil die Erwartung, sie erfordert etwas von dir. Und Jesus sagt zu ihnen, Freunde, ich gehe. Und sie sind schockiert. Er sagt, nicht los. Nein, wir lassen dich nicht. Nein, du darfst nicht gehen. Und man erfordert eine Portion Mut, um das zu zerbrechen. Also die Erwartungen von Menschen, die etwas um dich herum gebaut haben. Jesus, wir haben unsere Nächsten verlassen. Wir haben unsere Karriere und unser Geschäft verlassen. Wir riskieren unser Leben. Wir wussten doch, dass du der Messias bist. Und wenn der Messias kommt, dann wird er das Reich des Cäsars brechen. Ja, er grüßt ist auf dir. Jesus, als du gekommen bist, du hast doch zu uns gepredigt. Das Reich Gottes ist nahe. Und du bist der König. Und das Reich Gottes ist nahe. Halleluja. Nekonetzt. Endlich. Kine das von den Römer. Und verjage die Römer hier. Du hast doch über das Feld und diese Perle gepredigt. Du predigst über das Reich Gottes. Und jetzt haben sich deine Predigten verändert. Du sagst, ich muss jetzt gehen. Du sprichst über den Kreuz. Du predigst das Kreuz. Vergeheirat vom Kreuz zum Kreuz. Vom Reich zum Kreuz. Das hat irgendwie Erstaunen bei den Jüngern hervorgerufen. Jesus, wenn du mit dem Kreuz angefangen hättest, dann wären wir vielleicht gar nicht mitgekommen. Du hast doch gesagt, das Reich ist gekommen. Wir diskutieren hier, wer sich zu deiner Linken setzt, wer sich zu deiner Rechten setzt. Wir schreiten hier, wer der Größere hier unter uns ist. Und du predigst das Kreuz. Hattest du nicht auch so eine Frage zum Herrn? Mit ganzem Respekt. Kannst du uns nicht vorher warnen, wie unser Leben aussehen wird? Wenn du es vorher gesagt hättest, Herr. Hätten wir vielleicht manche Dinge anders gemacht? Erstaunlich, worüber der Herr am Anfang gar nicht spricht. Wie hat man mich in der Gemeinde gerufen? Komm zu Jesus. Und alles wird gut bei dir. Du hast keinen Mann? Komm zu Jesus. Er gibt dir einen Mann. Du hast kein Auto? Komm zu Jesus. Er gibt dir ein Auto. Du hast kein Geld? Komm zu Jesus. Gott hat Geld für dich. Ich bin zu Jesus gekommen, dass alles gut ist. Du auch? Und dann gehst du in die Kirche. Und dann verändern sich die Predigte. Ich bin ja gekommen, um das Reich Gottes nahe ist. Правigkeit, Frieden, 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 alles da. Erfolge ist da. Erfolge ist da. Erfolge ist da. Heilung ist nahe. Und dann heißt es, ich muss an das Kreuz gehen. Und jeder hat sein Kreuz. Und du hast dein Kreuz. Und wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hingehen. Und den Kreuz, den ich trinke, könnt ihr auch nicht trinken. Jesus ist irgendwie unverständlich hier. Und Jesus geht und sagt, wir wussten nicht, dass du gehst. Und Jesus versucht, sich zu überreden. Er sagt, Freunde, es ist besser, wenn ich gehe. Wenn ich nicht gehe, dann kommt der Heilige Geist nicht. Und es fällt ihnen schwer, sich zu verändern. Und es fällt ihnen schwer, denn Jesus, mit dem sie gegangen sind, getrunken, gegessen haben, Wunder erlebt haben, jetzt zu erwechseln. Durch einen Heiligen Geist, den sie noch nie gesehen haben. Es fällt ihnen schwer, dass sie etwas gewinnen und nicht verlieren. Und Jesus sieht ihre Zweifel, Verzweiflung und versucht, sie zu überzeugen. Er sagt, Leute, ihr müsst eine Sache verstehen. All diese Jahre war ich bei euch. Und jetzt werde ich in euch sein. Ich habe alles Mögliche mit euch gemacht, äußerlich. Ich habe alles in meiner Kraft mögliche getan, um außen mit euch zu sein. Aber euch jetzt auf eine nächste Stufe zu heben im Wandel mit Gott, muss ich in euch sein. Die Quelle des lebendigen Wassers. Die Quelle des lebendigen Wassers. Die Quelle des lebendigen Wassers. Das hineinflößt ins ewige Leben. Ich kann nicht einfach nur euer Lehrer, Rabbiner sein und Ausleger des Gesetzes. Ich muss in dich hineinkommen. So wie Paulus zum Schluss gesagt hat, Christus ist in uns, die Hoffnung unsere ist in uns. Wisst ihr noch, wie oft Christus gesagt hat? Ich habe so viel mehr euch noch zu sagen, aber ihr könnt es nicht in euch hineinpacken. Aber wenn der Heilige Geist kommt, werde ich euch Dinge offenbaren. Was sagt Jesus hier? Die Wahrheit, sie hört nicht beim 66. Kapitel der Heiligen Schrift auf. Er sagt, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, wird er deutlich die Wahrheiten sprechen, die dein Leben betreffen. Und diese Wahrheiten, sie werden der Heiligen Schrift nicht widersprechen. Sie werden die Schrift bestätigen, konkret für dein Leben. Apostel Paulus schreibt, das Auge hat es nicht gesehen, das Ohr hat es nicht gehört, was Gott denen vorbereitet hat, denen, die ihn lieben. Und Gott hat uns das offenbart durch den Heiligen Geist, der in jede Tiefe hineinkommt. Wenn man Gott um eine Sache bitten könnte, nur eine Sache, was würdest du ihm bitten? Urlaub auf Bahamas, ein neuer Mercedes, wenn man Gott um eine Sache bitten würde, würde ich eine Sache bitten. Gott, lehre mich, deine Stimme zu hören. Bringe mich in so einen Moment, wo du zu mir sprichst und ich deutlich verstehe, dass du es warst, der gesprochen wurde. Nicht, dass ich es mir ausgedacht habe und fantasiert habe, dass ich ohne jeglichen Zweifel weiß, Gott, das warst du. Die Bibel sagt, die Geheimnisse der Heiligen Geist, und er seine Erinnerung hat. Und die Bibel sagt, die Geheimnisse Gottes sind für die, die ihn fürchten und ihnen offenbaren. Herr, lehre uns, deine Stimme zu hören. Dass wenn du sagst, geh, dann geh ich. Wenn du sagst, bleib stehen, dann bleibe ich stehen. Wenn du sagst, baue, dann baue ich. Schweigen, so schweige ich. Herr, damit ich kein Blödsinn mache, die ich nach zehn Jahren bereue. Herr, ich habe etwas in der Heiligen Schrift gesehen. Dass Menschen, die gelernt haben, deine Stimme zu hören, hingehen können und auf Wasser laufen können. Menschen, die gelernt haben, deine Stimme zu hören, können hingehen, sich mit dem Schlamm die Augen waschen und werden sehend. Nicht, weil das Wasser dort magisch ist. Sondern nur, weil ich deine Stimme gehört habe und es getan habe. Lazarus, der deine Stimme gehört hat, ist eh komplett von den Toten auferstanden und wurde lebendig. Menschen, die gelernt haben, deine Stimme zu hören, können die Trage, auf denen sie getragen wurde, selbst in die Hand nehmen, hingehen und laufen. Die Bibel beginnt mit der Stimme. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und sprach und alle Moleküle und Atome, sie fingen an, sich zu verbinden. Selbst die kleinsten Elemente im Universum sind deiner Stimme gehorsam. Wenn Gott spricht, so hört der Tod auf. Wenn Gott spricht, dann hört der Sturm auf. Und dieser Text sagt uns, dass Gott sprechen wird durch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist verfügt über so ein Verstand, dass er alle Dinge erforscht, selbst die Tiefen Gottes. Und er wird zu dir sprechen. Heute, wenn wir in unseren Umständen und Situationen sind, schauen wir auf diese Dinge und wir schauen sie aus zwei Perspektiven. Jedes Mal, wenn wir Entscheidungen in unserem Leben treffen, haben wir zwei Maßstäben. Unseres, unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart. Wir denken uns, wie war das damals? Und wie ist es heute? Der Heilige Geist spricht. Ich komme in alle Tiefen. Wenn ich dein Leben mir anschaue, sehe ich deine Vergangenheit. Ich kenne deine Gegenwart. Und ich sehe deine Zukunft. Ich weiß, wo du in fünf Jahren sein wirst. Und möchtest du nicht bei mir im Ratschlag fragen? Ja, du analysierst deine Vergangenheit sehr gut. Ja, du beweinst deine Gegenwart. Aber nur der Heilige Geist kann dir Trost aus der Zukunft bringen. Und der Heilige Geist fängt an dir die Wahrheit zu bestätigen, die es unmöglich ist in seinem gesamten Leben zu verstehen. Die aber dir dein ganzes Leben lang dienen werden. Und Jesus versucht sie loszureden von seiner physischen Gegenwart. Und versucht sie mit dem Heiligen Geist bekannt zu machen. Und es ist sehr interessant, wie er ihn nennt. Was ist der Name Gottes? Tröster. Ich kann mich erinnern, als ich in der Bibelschule war. Ich erinnere mich, als ich in der Bibelschule gelernt habe. Wir lernten die Namen Gottes. Господь, Бог, zetken you myo победonosne znamie. Der Herr zetken you genau, mein siegreiches Wissen. Jehova Nisi. Jehova Nissa. Jehova Rafa. Jehova Jaira. Jehova Rafa. Jehova Shalom. Jehova Shalom. Mein мир, моя победa, mein исцеление, mein Bezpächtig. Mein Heiler, mein Versorger, mein Tröster, mein Frieden. Aber diesen Namen kannte ich nicht. Buch, Uteshitel. Gott, der Tröster. Aber das ist das, womit Jesus anfängt. Da, ich bin dein Sieg. Da, ich bin deine Heilung. Da, ich bin deine Gerechtigkeit. Da, ich bin dein Frieden. Aber ich bin auch dein Tröster. Uteshitel? Tröster? Es ist nicht nur eine Funktion Gottes. Es ist sein Name. Du brauchst du schon mal Trost? Wow. Ich weiß nicht, wo ich wäre ohne seinen Trost. Und heute brechen viele Menschen. Sie zerbrechen dadurch, dass sie in Unvergebung sind und Bitterkeit. Weil sie diesen Namen Gottes noch nicht kennengelernt haben. Gott, weil sie ihn nicht kennengelernt haben. Gott, der Tröster. Es gibt ein Ort in der Trauer, wo Menschen nicht hineinkommen können. Wo Blumen und Postkarten nicht hineinkommen. Wenn was da drin ist, weißt du, dort, innen drin, es juckt irgendwo, und du kommst da aber nicht hin. Und du bist den Menschen sehr dankbar, dass sie Anteil zeigen und Worte des Trostes dir schenken. Aber es gibt so einen Punkt im Schmerz, wo die Tablette auch nicht wirkt, die Schmerztablette. Es gibt eine Art Schmerz, die kann man mit Tabletten stillen. Aber Jesus warnt uns. Ich sende euch den Heiligen Geist, den Tröster. Wann brauchst du Trost? Wenn du Verlust erlebst. Wenn du Verlust erlebst, dann kommt einfach so eine Vereisung auf der Seele, dass Menschen nicht abschaben können. Du schätzt ihre Aufmerksamkeit, ihre Güte und Anteilnahme. Aber Gott sagt, du brauchst mich. Lasse mich in dein Herz. Nur ich kann das abschaben. Und wenn du gesegnet bist, ihn als den Tröster zu kennen. Wenn du es erlaubst, den Tröster da hineinzukommen, wo dein Fleisch einfach auseinanderbricht. Und du brauchst den Tröster in der Regel dann, wenn irgendeine Spaltung stattgefunden hat. Wenn du die Nächsten und Liebsten verloren hast. Wenn du dein Wohnort verloren hast. Wenn der Tod euch geschieden hat. Weil wir Menschen so eine Tendenz haben zu glauben, dass wir das Leben nicht fortführen können, wenn es nicht so ist, wie wir es uns gewöhnt haben. Ich habe mich daran gewöhnt, so zu leben. Ich habe mich daran gewöhnt, in diesem Ort zu leben. Ich habe mich daran gewöhnt, dieses Auto zu fahren. Ich habe mich daran gewöhnt, die Menschen um mich herum zu haben. Und wenn irgendetwas aus meinem Leben weggeht, habe ich das Gefühl, mein Leben geht dahin. Wenn irgendetwas zu Ende geht von all dem, habe ich das Gefühl, mein Leben geht zu Ende. Und du sagst, ich kann ohne das nicht leben. Ich kann nicht ohne diesen Dienst leben. Ich kann nicht ohne diese Arbeit leben. Ich kann nicht ohne diesen Menschen leben. Gott sagt, du kannst ohne mich nicht leben. Aber so kannst du alles. Wie? Das tut weh. Darf ich dich kennenlernen? Ich bin der Tröster. Ich helfe dir. Ich tröste dich. Ich werde dir helfen, klar zu kommen. Und nur der Heilige Geist kann in die tiefen deines Herzens kommen. Und dich überzeugen. Zavrher nastupend. Morgen. Zavrher nastupend. Ja, morgen wird kommen. Alles wird gut. Du schaffst das. Und es wird dir Mut geben, weiterzugehen. Selbst wenn du viel in deinem Leben verloren hast. Nur er kann die Träne wegwischen, die einfach an deiner Wange entlangläuten. Nur er kann das richtige Schlüsselwort hier sagen, das dir hilft, morgens aufzustehen. Heiliger Geist, danke, dass du tröstest. Wenn man das Gefühl hat, alles geht dahin, nichts funktioniert, hat dich Gott schon mal getröstet. Und wenn Gott tröstet, dann tröstet er auf sehr interessante Art und Weise. Durch kleine Kinder. Du bist im Zug, du siehst einfach zwei ältere Damen sich unterhalten und Gott tröstet dich dadurch. Du kommst einfach aus dem Flur, aus dem Haus und dort ist einfach eine Blume aufgegangen. Und Gott tröstet dich. Manchmal rede ich mit Menschen, ich denke, Bruder, du kannst dir nicht mal vorstellen, was du gerade tust. Du weißt ja gar nichts. Du weißt ja gar nicht, warum du sagst, was du sagst. Du denkst einfach nur, du sagst was. Aber du tröstest mich durch den Heiligen Geist. Wenn du ihn kennengelernt hast, als den Tröster. Und aus all diesen Millionen Möglichkeiten, wie er dich trösten kann. Und auf der anderen Seite macht Jesus seine Jünger mit sehr schockierenden Ereignissen oder Realitäten bekannt. Er sagt, das Leben mit Gott schließt Verlust nicht aus. Das Leben mit Gott schließt Herausforderungen nicht aus. Jesus warnt uns im Vorhinein, ich sende euch den Tröster. in meiner Theologie braucht es keinen Tröster. In meiner Theologie braucht es Erfolg, Jehova Jaira. Mein Versorger, mein Heiler. Er sagt, mach dich bekannt. Heiliger Geist. mein Tröster. Ich dachte, ich werde keine Verluste haben, wenn ich zu Christen komme. Es wird keine schmerzhaften Trennungen geben. Aber lese diese Verse. Ich bin Gott dankbar, dass er mich von Anfang an gewarnt hat. Er sagt, in deinem Leben wird irgendwann es einen Tröster brauchen. Es wird Momente geben, wo du Hilfe brauchen wirst, wo deine Kräfte und dein Wille nicht mehr ausreichen werden. Ich dachte, ich bin stark. Ich werde alles aushalten können. Ich werde die Zähne zusammenbeißen und werde alles aushalten. Ich werde mich einfach wüten machen, ich werde alles durchstehen. Ja, Alec, du bist stark. Aber es wird Momente geben, wo das nicht genug sein wird. Dann musst du ihn kennen. Den Heiligen Geist, den Trösten. Wir sind uns haben christliches Marketing gewöhnt. Aber die Realität ist, dass alle, die gerechte leben, gejagt werden. Unser Erlöser ist ans Kreuz gegangen. Wir sind nicht besser als er. Und Jesus warnt uns. Er sagt, hör mal zu, das Leben ist eine Herausforderung. Meine älteste Tochter, sie hilft Hebamme. Und sie hat schon viele Geburten mitgemacht. Er sagt, ich habe noch nie ein Baby gesehen, das in diese Welt hineinkam und sofort gelacht hat. Halleluja! Жизнь! Das Leben schön! Halleluja! Warum-то они sich pлачут. Irgendwie weinen die alle. Kein Mensch ist in diese Welt hineingeboren und hat gelacht. Sie weinen alle. Mir ist interessant, warum ist das so? Was wissen die denn von dem Leben? was ich noch nicht weiß. Ah, herzlich willkommen! Hier ist das Leben. Weißt du, wenn Gott uns nicht trösten würde, dann könnte das Gewicht dieses Lebens uns zerdrücken. Das Leben ist eine persönliche Sache. Und manchmal kann es dich an Stellen treffen, die du nicht ignorieren kannst. Es gibt so Menschen in Afrika, sie hungern. Gott, bitte segne sie, dass sie nicht hungern. Aber das ist ja so weit weg. Es gibt persönliche Dinge. Und du kannst nicht sagen, ah, blagst du meine Kinder. Weil es ja weht. Das sind ja meine Kinder. Das sind ja meine Kinder. Und da bin ich gebunden. Und der Tröster. Das bedeutet, dass Gott nicht alles wird восстановieren, erzivrieren. Gott wird nicht alles wiederherstellen und lebendig machen. Und dann gibt es eine Position. Manchmal haben wir so eine Position. Pust верnется alles, was пропало und alles wiederholt. Möge alles zurückkommen, was verloren gegangen ist und zwar siebenfach. Aber Trost ist etwas anderes. Es sagt manchmal, komm, wir blättern einfach eine Seite weiter. Komm, wir lassen das in der Vergangenheit. Alles, was in der Vergangenheit ist, soll in der Vergangenheit bleiben. Gott sagt, ich bin nicht der Weihnachtsmann, der bereit ist, all deine Wünsche in deinem Leben zu erfüllen. Trost bedeutet auch, Hör zu, es ist zu Ende. Lass uns weiterleben. Und Gott hat die Fähigkeit, die Worte des Trostes dir nahezubringen. Und des Weiteren macht Jesus sie mit einer anderen Eigenschaft des Heiligen Geistes bekannt. Er ist übrigens auch noch dein Helfer. Wann brauchst du einen Tröster? Wenn du was verloren hast. Und du denkst, ich kann ohne diese Sache nicht weiterleben. Wann brauchst du einen Helfer? Wenn du mit etwas leben musst, was du gerne verlieren würdest. Och, Herr, ich würde gerne diesen Mann schon längst verlieren. Ich möchte das, Herr, nicht mehr in meinem Leben haben. Aber wie gerne würde ich frei davon sein. Помощник ist der, der hilft dir, mit der Situation klarzukommen. Es gibt Dinge in deinem Leben, mit denen du einfach klarkommen musst. und das griechische Wort für Helfer ist Parakletos. Und die beste Fähigkeit, es auszudrucken, heißt Flaschenzug. Weißt du, was ein Flaschenzug ist? Wenn es ein Gewicht gibt, das du selber nicht stemmen kannst. Du kriegst es einfach nicht hoch, ist schwer. Dann nimmst du den Flaschenzug, hängst es ein und kurbelst. Und dann geht es hoch. Aber du kannst nicht damit angeben, dass du es angehoben hast. Du hast zwar die Kurbel betätigt, aber der Seilzug hat das Gewicht gestanden. Und der Heilige Geist sagt, darf ich zwischen dir und zwischen dem Problem stehen? Und das Gewicht, das dich zermalmen müsste, fängst du an zu stemmen. Aber nicht du bist es, der es hebt. Er ist es. Aber du sagst, aber ich habe doch auch gekurbelt. Ich habe gebetet. Ich habe angebetet. Es ist das, was ich tun kann. Aber der Heilige Geist sagt, ich tue das, was ich tun kann. Wir sind Mitarbeiter, Co-Arbeiter. Du drehst und ich helfe. Gott sagt, ich werde das Gewicht von denen. Du kannst dich selber nicht aus dieser Situation heben. Aber ich bin dein Helfer. Ich glaube an Erfolg, ich glaube an Heilung. Aber ich habe auch gesehen, dass das Leben so eine Sache ist, wo nicht alles so einfach funktioniert. Und wenn du dir diese Dinge anguckst, Herr, warum bewegt sich dieser Berg nicht? Als ich zu Christus kam, alles war einfach. Man muss nur binden, lösen, paralysieren und proklamieren. Im Namen Jesu, ich binde, ich löse, ich paralysiere und Amen. Aber nachdem ich jetzt 35 Jahre und mehr im Glauben bin, habe ich gesehen, dass nicht alle Dinge so einfach sich fortbewegen. Ich habe verstanden, dass ich den Heiligen Geist, den Helfer, brauche. Ich habe diesen Berg gebunden und ich habe ihn gelöst und er steht immer noch. Der Heilige Geist, gib mir eine Schaufel. Dann werden wir das jetzt wegbuddeln. Wegschaufeln, hilf. Es gibt Dinge, sie gehen nicht einfach so weg. Du hast ein Kind mit einer Behinderung in die Welt gesetzt. Du kannst es ja nicht im Geburtshaus sagen, gib mir bitte jetzt ein gesundes Kind. Was muss man tun? Wir haben sehr nahe Freunde. Sie haben so lange auf ein Kind gebracht. Sie ist schon sehr spät schwanger geworden. Und sie haben ein Kind mit einem Down-Syndrom bekommen. Sie waren einfach schockiert. Julia und ich, wir haben sie stundenlang konsultiert und überredet. Was kann man damit machen? Duhm, Heiliger Geist, помогi. Hilf du. Ich habe gesagt, vielleicht wird Gott ihn niemals verändern. Aber das bedeutet nicht, dass ihr die glücklichsten Eltern der Welt sein könnt. Er wird kommen. Und er wird helfen. Und er ist gekommen. Wenn du zu uns in die Kirche gekommen bist, самые счастливые Eltern, dann siehst du die glücklichsten Eltern. Das sind die. Ich wollte dir sagen, oh, wir haben alles Halleluja, wir haben alles und er wurde absolut normal. Ich würde dir gerne sagen, Halleluja, wir haben gebetet und er wurde gesund und alles wurde cool. Diese Mädchen heißt Gloria. Dieses Mädchen heißt Gloria. Sie strahlt die Herrlichkeit Gottes aus. Das ist das glücklichste Kind auf dieser Erde. Und die Eltern sind die glücklichsten Eltern auf der Erde. Sie sagen, wir würden sie um nichts in der Welt eintauschen. Weil der Heilige Geist ist auch noch ein Helfer. Er kann kommen und dir helfen, dieses Gewicht zu tragen. Und manche erstaunen. Ich verstehe, wie kann man damit leben? Ich kann nicht verstehen, wie kannst du das aushalten? Ich verstehe selber nicht. Aber ich habe den Heiligen Geist. Mein Helfer. Mein Tröster. Er hilft mir, wenn ich etwas verliere. Und er hilft mir, wenn ich etwas verlieren möchte, aber es lässt sich nicht verlieren. Und ich kann damit leben. Und es gibt eine dritte Eigenschaft des Heiligen Geistes. Er gibt dir einen Sieg. Er gibt dir nicht einfach nur Trost, dass du getröstet bist. Er hilft dir nicht einfach nur, dass du das aushalten kannst. Er sagt, in all dem sind wir mehr als Überwinder. Und manchmal schauen wir dann auf unser Leben und wir denken, wir werden unser Leben so beurteilen, wonach wir es verloren haben. Ich habe das verloren, jenes, drittes, viertes, fünftes. Aber der Heilige Geist sagt, ich werde mich niemals mit deiner Vergangenheit beratschlagen, um deine Zukunft zu bestimmen. Ich werde dein Leben nicht dadurch segnen, was du verloren hast, sondern das, was du noch hast. der blinde Artemis er konnte nicht sehen, er konnte nicht sehen, aber er konnte hören. er hat sich nicht sehen, wie Jesus kommt. Er konnte, er konnte nicht sehen, wenn ich ihn sehen könnte, dann wäre das mein Durchbruch. Er konnte ihn nicht sehen, aber er konnte hören. Und Gott segnete sein Leben dadurch, was er noch hatte. Die arme Witwe. Ich habe den Mann verloren. Ich habe das Geld verloren. Ich habe das Geld verloren. Ich werde dich segnen, was du noch hast. Wir haben noch nur zwei Fische, fünf Brote. 5000 Menschen. Das ist genug. Ich habe nur das Kinnbein eines Esels. Samson, das reicht. Gott sagt, ich gebe dir einen Sieg. Dadurch, was du noch hast. Wir haben die Tendenz, unser Leben zu beurteilen durch das, was wir verloren haben. Jenes, drittes, fünftes. Aber Gott sei Dank für den Heiligen Geist, der uns den Sieg gibt. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich möchte euch heute fragen. Vielleicht brauchst du heute Trost. Wir haben viel über einen Gott gepredigt, der segnet, der vermehrt, der wundertut. Aber heute kommen wir in Zeiten, wenn wir Trost brauchen und Hilfe vom Heiligen Geist. Vielleicht schaust du auf dein Leben und du sagst, alles war kaputt. Und ich bin selbst fast kaputt gegangen. Ich habe gesehen, wenn Menschen kaputt gehen. Und nicht, weil der Druck zu stark war. Sondern weil sie nicht gelernt haben, Heilung vom Heiligen Geist anzunehmen. Und wie noch nie zuvor brauchen wir diesen Heiligen Geist, der unsere Herzen heilt. Heute, wenn ich Menschen begegne, wir waren in Schweden kürzlich und sind aus Schweden gekommen. Dort war eine Konferenz. Wenn ich vielen Menschen aus der Ukraine begegne, Brüdern, Pastoren. Und es war einfach unangenehm peinlich, dass du einen russischen Pass hast. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du weißt nicht, was du sagen sollst. Was willst du sagen? Und ich bitte dann den Heiligen Geist. Manchmal kommt ein Mensch zu dir und sie fragen nach Trost. Ich bin ein Mensch. Als Mensch kann ich dich trösten wie ein Mensch. Man kann sagen, ey, alles wird gut. Aber ich weiß es nicht, ob es gut wird oder nicht. Aber der Heilige Geist, wenn er tröstet, dann tröstet er nicht von sich aus. Wenn er tröstet, dann geht er an das Allerheiligste zum Thron des Vaters. Er geht in alle Tiefen Gottes. Er öffnet dein Buch des Lebens und sieht dich. Ah, hier ist Johannes. Aus der Ukraine. Heute ist Sonntag. 2022. Was wird 2023? Was wird 2023? 2024. Und dann kommt er und sagt, Johann, alles wird gut. Ne переживай. Macht er keine so. Und das ist ein Trost eines anderen Levels. Es ist nicht, weil jemand möchte, dass irgendwie alles gut wird, sondern er war dort. Und oft ist es so, dass die Zeiten, in denen wir leben, einerseits schrecklich sind, auf der anderen Seite kannst du seine Gegenwart so stark spüren, wie noch nie zuvor. Wenn du bestimmte Momente in deinem Leben durchgehst, bist du noch, als Israel durch das Rote Meer gegangen ist. Ich habe Prediger hören, wie sie gesagt haben, oh, sie haben sich die Fische angeguckt, solange die Mauer da stand. Weißt du, wenn du auf der Flucht bist und die Mauer steht links und rechts ist vor dir, dann wirst du dir nicht die Fische angehen. Ich würde mir die Fische nicht anschauen. Du weißt ja nie, wann sich dieses Aquarium wieder verschließt. Weißt du, was ich tun würde? Ich würde sagen, schneller, schneller, schneller. Miriam, hat nicht ein Psalm geschrieben? Hat nicht ein Lied geschrieben? Sie sind einfach da durchgerannt. Und oft ist es so in unserem Leben, einerseits siehst du ein Wunder, auf der anderen Seite hast du überhaupt keine Lust zu singen. Du sagst einfach, komm, ich will da einfach nur durch. Dann können wir Lieder singen. Der große Gott hat unsere Feinde dort ertränkt, aber uns hat er bewahrt. Aber jetzt rennen wir nur durch diesen Korridor, wo Gott führt uns da durch. Es sind schreckliche Zeiten, aber es sind Zeiten, wo Gott uns durchführt. Wir werden ihm vertrauen. Wir werden auf ihn hoffen und werden ihm dankbar sein. Ich kann die Gegenwart Gottes hier spüren. Lege deine Hand auf dein Herz. Wenn es irgendwo in deinem Leben eine schmerzhafte Trennung stattgefunden hat, ich habe alles als Prediger getan, was ich tun konnte. Ich habe dir gepredigt. Aber ich bin nur ein Mensch. Ich bitte den Heiligen Geist, unseren Heiligen, unseren Tröster und unseren Helfer, komm einfach mit deiner Heilung, mit Kraft und deinem Trost. Berühr du das, was der Mensch nicht berühren kann. Ich bete für Trost. Ich bete um Hilfe. Wenn du mit etwas lebst. Weißt du noch, wir sprachen letzten Sonntag über all das, was du nicht verändern kannst. Dann durchlebe es. Durchlebe es, so wie dieser Baum. Pastor, ich kann meinen Mann nicht verändern. Berühr du sie. Dann durchlebe es. Halt es aus. Gott wird dir helfen, klar zu kommen. Mit dem Mann, mit der Frau, mit den Kindern. Er ist dein Helfer. Ich spüre, wie Gott Herzen heilt. und vergiss nicht, er ist nicht nur dein Versorger, er ist dein Tröster. Und du sagst, oh, das ist nicht für mich, bei mir ist alles gut. Dann mach dir nur eine Notiz. Es wird dir helfen in der Zukunft. ein bisschen später. Sein Trost. Seine Erbauung. Wir sind nicht die Lidischen. Wir dulden nicht nur, um einfach zu dulden. Wir sind nicht getröstet, um einfach nur getröstet zu sein. Wir победigen. Sondern wir siegen. Wir überwinden. Und Gott wird uns den Sieg geben. So wie seinen Kindern. So wie seinen Töchtern und Söhnen. Gott hat einen Sieg für dich. In jedem Bereich deines Lebens. So wie du wie ein guter Krieger schon alles ertragen hast. Als du in deinem Herzen schon gesagt hast. Gott, ich kann ohne alles leben. Nur nicht ohne dich. Ohne deinen Trost. Gott. Ich werde alles ertragen. Wenn du mich nicht segnen möchtest, segne mich nicht. Wenn du mich nicht heilen möchtest, heile mich nicht. Selbst wenn ich niemals ein Auto fahren werde, oder ein eigenes Haus oder Wohnung ab werde, ich werde dich trotzdem preisen. Und lieben. Gott sagt, weißt du was? Ich werde dir alles immer geben. Mir fällt es nicht schwer. Du wirst ein Sieger überwinden sein. Wenn wir mit Julien über Familie und über die Ehe lernen, du wirst du glücklich sein. Die Ehe ist nicht dafür da, dass du glücklich bist. Die Ehe ist dafür da, dass du heilig bist. Dann mögst du heilig sein. Die Ehe lehrt dich nicht zu demütigen. Richtig, Alex. Die Ehe ist dafür da, zu dulden, zu opfern. Aber wenn du gelernt hast, heilig zu sein, ein Wunder, du wirst du glücklich. Das selbe ist auch im Leben. Das Leben ist nicht nur so da, dass man glücklich ist, sondern heilig in Gott. Und wenn du verstanden hast, was Heiligkeit in Gott bedeutet, dann hast du verstanden, was wahres Glück ist. Möge der Herr euch segnen. Und wir werden jetzt noch Abendmahl haben. Und dieses heilige Abendmahl wollen wir dem widmen, dass Gott, Nationen und Völker hat. Dieses heilige Abendmahl ist ein großes Symbol von Einheit. Wir schmecken von einem Leib und wir trinken von einem Blut. Und was kann uns trennen, wenn Gott uns zusammengeführt hat? Das ist ein großartiges Symbol für die Einheit zwischen uns und Gott und das Symbol zwischen uns untereinander. Wenn wir davon essen, so machen wir uns eins mit Gott und machen uns eins miteinander. Apostel Paulus hat gesagt, vom Herrn persönlich habe ich es angenommen, was ich euch weitergegeben habe. Dass der Herr in der Nacht, als er verraten wurde, er nahm Brot und Wein, hat gedankt und sagte, nehmt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird und das Blut, das für euch vergossen wurde. Lasst uns für diese Gaben beten. Lieber Herr, wir danken dir für das Geschenk des ewigen Bundes, das Geschenk des Heiligen Abendmahls und wir segnen dieses Brot und diesen Wein und in Ehrfurcht nehmen wir es zu uns nach deinem Wort. Die Heilige Schrift warnt uns, dass wir dieses Brot und diesen Wein nicht mit falschem Herzen einnehmen, sondern dass wir unser Herz erforschen. Wenn du weißt, da ist irgendwas zwischen dir und Gott, irgendetwas trennt dich von Gott. Griech, die Sünde, Ungehorsam, Unvergebung, was es auch sei. Es gibt keine bessere Zeit, um dafür Brust zu tun, als vor dem Tisch des Herrn. Lasst uns ein paar Sekunden Zeit nehmen, um einfach unsere Herzen zu erforschen. Wenn etwas in deinem Herzen ist und du weißt, es ist nicht richtig, dann tu Brust. Sag, Gott, прости mich. Vergib mir, Jesus. 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 Wir bedanken dir für das Brot und den Wein, welches sinnvoll ist für dein Leib und dein Blut. Danke für das Opfer von Golgatha, dass du gestorben bist für unsere Sünden und aufgestanden bist für unsere Rechtfertigung. Und heute nehmen wir Teil an diesem Abendmahl im Gedächtnis an deinen Tod und deine Auferstehung. Помогi uns heute, ein würdiges Leben zu leben, nach deiner Berufung, nach deinem Geburt. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen. Давайте wir примen, das Brot und den Wein. Das ist der Leib Christ. Amin ist für dich. Gebraucht für uns. Amen. Amen.